Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesen schwierigen Zeiten, die wir alle auf der ganzen Welt erleben, möchte Sofia Katsaros und der Musikproduzent Chris Kier mit ihrer neuen Single mit dem Titel Perfect Hoffnung wecken. Es ist ein lustiges Tanzlied, das über das Konzept der wahren Liebe spricht. Und wie es uns vor Bösen und Schaden schützt, wenn es rein ist. Sofia Katsaros hofft, dass es eure Herzen mit Hoffnung erfüllt und euch alle in guter Stimmung hält. Verfügbar ist dieser Song auf allen Musikplattformen. Hier noch ein paar Fakten über Sofia Katsaros. Diese ist halb Griechin, halb Kolumbianerin und in New York geboren. Im Alter von 10 Jahren zog sie mit ihrer Familie in eine Stadt namens Korinth in Griechenland. Ein Jahr vor ihrem Umzug nach Griechenland hat sie beschlossen, Sängerin zu werden. Mit 18 zog sie dann nach Athen und begann ihre Karriere als professionelle Sängerin. Sofia hat mit vielen berühmten Künstlern auf der ganzen Welt gespielt. Das war es von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder nehmt euch ein Abo mit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.